Hey, Huvix hier zu einer weiteren Folge von Dreamfall Chapters. Ja, wir sind wieder hier und... Tja. Wir haben letztes Mal viel erlebt. Und ich denke, wir mal... Wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Das könnte heute schon die letzte Aufnahmesession sein. Also mal schauen. Also mal gucken. Was hier so alles... ...da ist. Okay, ich gehe hoch. Oh mein Gott, ja, ich gehe hoch. Das ist meistens keine gute Sache. Meistens. Ist schon cool, muss man sagen. Hier gemacht. Aber normal ist es trotzdem nicht so gut, wenn die Realität zerfällt. Das scheint mir sehr gefährlich zu sein, Kian. Und ich glaube, ein der beiden wird noch sterben. Entweder Zoe oder Kian. So wie das Saga angedeutet hat. Einmal Scham. Vielleicht können wir das Schicksal entreißen. Oh Gott, ist hier hell. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier geht es hier weiter. Es schaut mir so aus, wie würde es hier weitergehen. Oh. Natürlich. Warum denn nicht? Oh. Sorcery. Nicht wirklich. Aber gut, dass du es geschafft hast. Wer bist du? Woher bist du? Woher bist du? Wer wird mich alle fragen, diese Frage? Wer bin ich schrecklich? Natürlich, alle werden mich alle fragen, diese Frage. Ich bin nur die Frau, die die Tür öffnen. Ich bin nur die Frage, weil ich das gefragt habe, und ich konnte wirklich nicht sagen, nein. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Frau, also ich glaube, dass du nicht so wichtig bist. Aber er? Er hat ein Job zu machen. Ist das... Stark? Ist das Stark da? Ist es? Ja. Hi. Zoe. Anna. Uh, das ist Ferdows. Ich glaube, immer die Geschichte über ein Mirror World. Oh, aber das... Es ist unglaublich. Wo ist Keon? Ist er alles gut? Wir haben uns mit ihm verloren. Er ging nach dem Propheten. Natürlich er hat er. Ich bin sorry, aber Saga, wie diese zwei zwei helfen? Ich weiß nicht, ich bin ein glorifizierter Doorkieper. Warum nicht sie fragen? Nicht auf mich. Er ist die Star hier. Ferdows. Ferdows, stopt auf den Blöden Portal. Oh, ja, um, hallo. So, tell this one what you're planning. I, uh, I was gonna feed the engine a series of, uh, uh, calculations designed to make it, um, uh, well, to force it to, uh, well, um, stop. You mean crash it? Crash? Yes. Yes, exactly. How did you know? Do you also code spheres? Spheres? Uh, I guess you could say that. So you can force the engine to crash? Yes. Uh, I mean, no. I, 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 I could have. Not anymore. It, it stopped taking new instructions when it began running the final calculations and... There's no way to get in. No, it's a closed system. Once the final set of instructions are running, there's nothing that I... I mean, I didn't write the core operational code. If I knew more about how that code functions, then, then maybe... Do you have schematics? Diagrams? Diagrams? Of, of the engine? Uh, I, I, I don't. But they keep diagrams, right here. You know, I could probably find some. Get them. I happen to know the most brilliant program... Engineer there is. In Stark, at least. If anyone can wrap their head around a steampunk calculating engine, it's wit. Saga, can Fadao's pass through the shift? No idea. But you made it through without being torn into a billion pieces, so the odds are decent. Got them. Uh, what was that about a billion pieces? Let's go. Huh? Friend of Kion's? Not really, no. So, this is some sort of magic portal between worlds. Something like that. Huh. Well then? K-O-N-Tekalogica? The most advanced engine there is, yeah. Wait, you're not speaking English. I guess you weren't speaking English in the first place, but... I still understand you. Do you understand me? Huh. Uh... Koe? I guess that was expecting too much. Well, we're gonna have to make this as simple and as visual as possible. Mira? Put wit on. No... Shut up. No discussions. Do it now. Please. Wit? Zoe. I need your help. And fast. Hold on, I'm sending you some schematics. I need you to figure out a way to get this system caught in an infinite loop. And for Daos, watch. Hey, watch this. Come on, I need your help. Alles ist bereit? Alles ist bereit. Master, der Engel ist in den Parametern operiert, der Welle von Tränen hat sich aktiviert, die Tauern fokussiert die Köln, und der Tehr ist aufzpannend. Du musst nur in den Welle mit deinem Scepter, und dann kannst du den Dämmen mit deinem Willen entwickeln. Gut. Du hast deine Rewards-Klax, ich versuche. Master. In der Zeit, sie verstehen, wenn sie den neuen Welt sehen, sie verstehen, dass ich berühre und nett bin, dass ich in den besten Interessen aller Menschheit war. Manchmal werden die Leute sterben, um die Rest von uns zu leben. Und ich kann wieder nach Hause gehen, nach all diesen Jahren, nach Hause. Und da kommt Kion ins Spiel. Okay, ich denke mal, ich würde mal sagen... Erstmal ausweichen. Ehrlich gesagt. Dodging. Ehrlich gesagt. Die Frage ist, wie wir das jetzt machen. Hm. Ich weiß nicht. Ich kann es sehen. Aber es ist nicht so, dass er die Fall überwacht hat. Okay. Dann hier. Habe ich dann Grafikfehler? Das ist schon die Reality. Okay, er bekommt nichts mehr mit. Ach so, ich muss ihn wegnehmen, oder? Komm. Oh Gott. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Ja. Ja. Es hat Sinn gemacht. Ja. Das ist das. Das ist das, was ich zu sagen. Ich weiß, ob ich... Oh! Fuck! So, kannst du? Uh, jetzt, dass ich die Grunde verstehe, ja. Ich muss eine Reihe der Instruktionen direkt in den Motor. Es dauert ein bisschen Zeit, aber ich kann... Zeit, das wir nicht haben. Oh Gott. Uh, gut. Was wir denn noch machen? Das ist die Frage. Nur sie weiß. Wir werden nichts verletzen, auch wenn du mich verletzt hast. Wir werden keine... Oh! Oh, das ist nicht gut. Oh. Sie kennt ihn auch. Oh! Sie sind ein Tool, Helena. Nichts mehr. Sie denken, ich würde dich spielen, Gott? Existence ist ein Verzicht. Es war niemals so, dass es so sein. Es war nur so, dass es so sein. Es war nur so, dass es so sein. Und nicht so sein. Für jede Kreation. Eine Destruction. Infinitely im Balance. Es ist Zeit, diese Krankheit zu Ende. Also. Das ist es einfach. Jetzt können wir nicht. Das war's für heute. Ich werde bei uns vorbewerben. Es war's für movements. Ich weiß nicht nicht. Es war's für heute. Nein das war's für heute. Wir hatten doch nur ein encouragement. Du solltest nicht sein, auf deinem eigenen Leben sein. Du hast so viel Schmerz. Sie verstehen dich nicht. Sie verstehen nicht, dass es sich ein Balance braucht in allen Dingen. Leben und Todes. Licht und Schmerz. Creation, Destruction. Schmerzen, Schmerzen und Schmerzen. All things in Balance. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen und zu dreamen neue Schmerzen. Es funktioniert. Es funktioniert. Es hat geklappt. Wow, das hätte ich mir nicht gedacht. Hat geklappt. Es sind hier, Amon. Hamii, die Rebels, und deine Männer, auch. Die Desserts. Gottes, schau uns, sie sind hier. Wie ist das passiert? Wurde deine Männer nicht zu bleiben? Du hast mir nicht diese Probe gemacht? Ich habe Hamii-Hamii. Aber seine Männer müssen sie nach meiner. Sie sahen die Tide aufzunehmen. Sie waren schraubt, wenn die Tauern aufzunehmen. Sorcerie. Sie glauben, dass es eine Sorcerie ist und sie uns schulden. Also mach es etwas über das. Was genau du willst, mich zu tun? Verwinden sie wieder aufzunehmen? Es ist vorbei, Sire. Alles ist weg. Frau, warum hast du mich abandone? Ich dachte... Ich dachte, dass ich deine Arbeit mache. Also wir bleiben hier. Und wir befinden sie, wenn sie kommen. Du und ich zusammen. Wir sagen ihnen, dass wir den Probe, wie so viele andere. Wir glauben, dass wir mit den Willen der König der Königin. Vielleicht wird die Licht aufzunehmen. Und wir werden uns geholfen. Oder zumindest... Wir sterben mit unseren Händen auf dem Himmel. Unsere Glorie. Vamon. Wir können die Flöten der ersten Mountain gehen. Hand in Hand. Du machst das für mich, Vamon. Weil du mich liebst. Und du möchtest mich. Wir haben die Verantwortung für das. Wir... Wir... Oh. Ich bleibe hier, um zu verabschieden, versucht und zu verabschieden. Ihr Schade war zu großartig. Sie hat sie geholfen. Sie hat alles verabschiedet. in der Kommander. Ich lasse dich, als der einzige Architekt, unserer großen Scheme, Sire. Ich versuche dir diesen Schaden. Hm. Hm. Und hier ist Saga. Nochmal. Wir müssen ganz einfach nicht mehr Lazen, Ich luxueu mich. Wir machen uns das ernst. Und hier ist es ganz hart. Wir machen uns das nicht. Wir machen uns das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Natürlich. Das geschieht hier recht. Was? Du? Das ist richtig. Du hast mich zu sterben auf der Straße. Ich bin nur zurückgegeben. Aber du warst nichts. Ein... Ich bin nur ein... Ich bin jetzt frei. Nein! Nein, nein, nein! Das klingt wie ein Gemützel. Holy shit. Eine Woche später. Kian geht's gut. Gott sei Dank. Er lebt noch. Das Wichtigste. Tja, und da sind wir. Im Rebellen Hauptquartier. Ich weiß nicht. Sind das solche Grafikfehler? Jetzt sind die Wecker. Es scheint vorerst gewonnen zu sein, aber... Mal gucken, wer da noch so alles ist. Wow, alles niedergebrannt. Okay, das ist nur ein Kronleuchter. Ja, natürlich. Die Wanne hier. Kann ich nicht reden, ne? Natürlich nicht. Gedenkstätte. Gedenkstätte. Stimmt aus wie ein Stückchen Vermon. Oder Hamis Rüstung. Natürlich. Drachenkopf. Ja, natürlich. Liko. Es ist Zeit, zu sagen goodbye. Gib dem Rebellen. Hami. Drache. Ich würde trotzdem bleiben überhaupt dazu immer. Hm. Hm. Es ist Zeit, zu sagen goodbye. Ich bin... nicht gut. Es wird nicht immer wieder, Shepard. Vielleicht nicht, aber... Ich muss folgen die Hürde, bevor sie immer wieder verloren sind. Ich höre ihre Songs jede Nacht. Ich kann sie immer wiederholen sein. Ich kann sie immer wiederholen sein, auf dem Morgen. Aber... Es wird vielmehr durch den Tag. Und sie sind weiter und weiter weg von mir. Wenn wir wiedersehen, wird es sein, wenn die Hürde zurückkommt in den Norden. Die Welt ist verändern. Und es gibt noch mehr Raum für uns hier. Wenn nicht in dieser Leben, dann in der nächsten. Wir gehen die grünen Flöten der ersten Hürde zusammen. Und sprechen von anderen Dingen als Krieg. Wir werden. Ich wünsche dir, dass du in Kian bleiben. Aber ich verstehe, dass du gehen musst. Unsere Krieg ist noch nicht vorbei. Und keine ist die Restoration. Aber ich kann nicht bleiben, Kian. Ich weiß, dass ich sollte, aber ich kann nicht. Ich vermute meine eigene. Und ich war nie... Diese Leben nie war nie für mich. Ich bin kein Wurziger. Aber es gab niemand anderes. Ennü wird in deinem Absatz. Es ist Zeit. Es ist. Sie wird gut machen. Ich möchte die König zu sehen. Ich dachte, du hast deine Hoffnung, Kian. In diejenigen, die zu sprechen, für die König, ja. Aber meine Hoffnung in sie ist stärker als immer. Sie hat uns alle zu dem, was wir brauchen. Und jetzt ist sie zu dir? Ich glaube, wir haben die Licht auf unserer Seite, Shepard. Und dass unsere Enemies walken mit der Schäden. Und die Schäden. Und die Schäden. Und die, die sie folgen. Es wird eine Räckung. Und du zurückstimmst mit dem, die ganze Azadiat? Es wird noch nicht mehr, für einen Moment. Halte die Truppen bleiben, um mit der Restorierung zu helfen. Die anderen werden mit mir befreundet. Die sechs wurden von der Propheten und der Uthana, und ihren sogenannten Masked-Konsel. Selbst ohne der Propheten, Uthana noch die Strenze in Azadea. Ich bin nicht sicher, dass wir die Krieg civiles verhindern können. Die Mutter wird nicht einfach ihre Macht verletzieren. Es wird eine Überraschung. Dann, die schneller du da bist, desto besser. Ich bringe Naane. Sie hat mich gefragt. Sie wollte sie wiederholfen. Ich hoffe, dass Sie mich nicht zuerst fragen. Erst Leeko? Jetzt Naane. Sie kann mehr gut in Azadea, als sie hier in Merkuria machen. Und wir haben Ennu. Es wird gut. Hast du gesehen, Elena? Anna? Nach der letzte Nacht? Sie hat sie verlassen. Ich glaube, sie braucht ein bisschen Zeit weg. Aber Sie sehen sie wieder. Ich glaube, sie kann nicht weit weg von dir, sehr lange, nachdem sie dich wiederholfen hat. Also... So... dann geht's. Das wäre gut, Kian. Bis zum nächsten Mal. Und danke. Für alles. Ich sollte einer bedenken, Herr Shepherd... für mich eine zweite Chance geben. Das war alles, Herr. Du. Leko, in dein Herz. Aber, bringe seine Song zurück mit dir. Zu seinem Haus. Zu deinem. Ich versuche. Das Krieg ist nicht vorbei. Ich weiß, aber nicht weg. Wir können nicht hier alles ohne dich schützen. Und ohne Leeko? Ich meine, wer wird uns helfen, die richtige Entscheidungen zu machen und mit den Azadi und sichere Frieden zwischen Menschen und Magical. Und... Du wirst. Ich... Was? Ich? Wie? Was? Du bist die stärkste und stärkste Person, die ich weiß. Ich weiß nicht... Aber... Du siehst, ich... Ich habe nicht... Huh? Die anderen glaubern dich und dich ausmacht. Sie werden dich hören. Du hast dich selbst verstanden. Okay. Jetzt werde ich mich schreien. Das ist nicht fair. Du bist gut, Hennu. Oh, okay. Hier geht's. Flutgarten, offenbar. Goodbye, Hennu. Ich liebe dich. Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich meine... Oh... Scheiße. Before... Ich bin elf... Vorsicht. Hä... Kian Alvoné. Prophet... General... Whatever else you're going to accomplish with your life ... And I'm sure you will accomplish a lot. Oh, ja. Oh. What? Hey. Who are you? Where do you come from? The Aether. I followed the songlines here. I walk between worlds. I'm Saga. Saga. Thank you for saving my life, Saga. The choices I've made led me down this path. To Keanu Alvane at just the right time. Every action played a small part in saving his life. I guess you could say it's fate, that I ended up where I was supposed to end up. Not due to any actions on my part, but because the... I guess you could... Fate, choices, I don't know. It might have... The choices... You're welcome. Without you, I wouldn't be here today. The Resistance would have failed. Perhaps. Anyway. Thanks for saving the world, Ben. I think our friend Zoe deserves much of the credit for that. I hope she pulled through. I'm sure she did. If not, I would know. We all would. She's... Important? Oh, yes. How did you know to be in the right place at the right time? Does it matter? Who is this woman? Her secrecy and lack of respect is frustrating. Does it matter? Whatever the reason, maybe I don't want to know. Perhaps not, but... Why are you here now? We're going to Sadir. Sadir? Capital of the Azadi Empire? Situated where the Six Rivers meet the... Stop playing games, woman. I'm coming with you. I... What? Why? Because that's how the story goes. It's been written, and we can't change that now. We have a war to win. And then, in another decade or so, there's going to be an even bigger war. You'll definitely need me for that one. Us. You'll need us. It's been foretold, Bloodless King, for thousands of years. Seriously, I promise I'll cover all of it when we have some quality time to ourselves. Oh, and... And one last thing. You may not like this one... Yet. You're going to... Uh... To adopt me. Adopt... What? I'll need a name. In Azadir. A surname. Otherwise, I won't be useful to you. No one listens to a nameless person, and... It's not like we can just get married. So, you adopt me, and bring me into your family, and I take your name, and become a princess. Saga Alvane. I like the sound of that. I've never had a surname. We didn't need one. What are you talking about? Again, I'll explain, as soon as we leave. And we should leave soon, because Sadir needs you. I... Goddess. Yes. Yes. To Sadir. But unless you explain everything, everything, I'll toss you overboard before we're halfway there. Understood? I can live with that. Good. Adopt. Mm-hmm. Also, how did you get here? How did you know I was in the Enclave? What was that portal? Can you open portals anywhere? Why not just... Everything. Everything. I pinky promise. Nice. Mm. Light save me. So genial. Und wieder im Bett. Aber diesmal wachen wir auf. Good morning, Sunshine. Oh. Oh, no. Not again. I promise you, it's for real this time. Do you need anything? Do you need water? Um, the curtain's closed, or... No. It's okay. The sun. It's good. The doctor said you'd be waking up. I wanted to be here when you did, to... Well, to explain. Did we win? We're still here. The bad guys are gone, so I guess we did. What happened? At the end? There was a bright light, voices, and nothing. Darkness. And then, well, this. I don't know. That... That thing that came through, it wasn't... It wasn't human. It tossed me aside like I was nothing. I'm lucky I wasn't killed. I tried to get back on my feet, but then there was a blinding flash of light. And when it faded, it only took a second or two, and then there was just you. No one else. I thought you were dead. And... Helena? Gone. Perhaps that... Thing... Anyway, she won't be back. If she survived, she'll stay away. Too many people want her locked up. Or dead. Watticorp. Are they still after me? Oh, no. They've got enough problems on their hands. Your friend Sully broke the story. They've been linked to the suicide bombing in Propast, to political payoffs, to corruption, and their plans for the Dream Machine were exposed. No one's going to want to log back in any time soon. The Syndicate's under pressure from the other corporations because of their relationship with Wattie. The Eye is under investigation, too. They've pulled their operatives from Europolus. That article made shockwaves. Sully sounded really happy when he called. He'll be even happier when he hears you're awake. Wattie Corp will probably survive. The Dream Machine will not. And without that, they couldn't care less about you. About us. That's good. And... And Reza? Is he... When Iron Garner was destroyed, Dreamnet shut down. Wattie could no longer control him. He's okay. Confused, but okay. I called him this morning. He's on his way down. Good. Dad, what were you doing in Mumbai with... With that woman? I didn't know any other way. Unless I cooperated, Wattie was going to... Was going to take you away. Helena convinced them to let us bring you to the lab. They believed we were working on improving Dreamnet, while Helena was secretly working on our... On her project. Altering reality. How? Use entangled particles to affect the quantum state of dream time, in order to reshape the physical universe. Change dreams, change reality. Helena spent 30 years on this project. We were partners. But it was always her project, her theories. I'm not sure I ever believed it would actually work, but she was determined, and I... You made me. We did. I don't know if you'll ever forgive me for not telling you the truth, but... You began life as an experiment. Our goal was to create an individual capable of existing in both realities, the physical and the dreaming. Someone who could change the world with a single thought. With dreams. To your mother, you were an asset she could use and discard, but I... You were my little girl. That's why I left. You were only two years old. Helena had given up on you. In exchange for my share of Jeeva, she let me take you away. I thought it was over. I didn't know she'd come back for you. There's too much to process right now. I can't. I can't. I'll need time. And I'll need the whole story, from beginning to end, all the way back. Of course. I'm really sorry, Zoe. I let you down again. Dad, stop. You did what you had to do to save me. I still need to understand exactly what happened, but... I don't blame you. Where are we? Still in Jeeva's Mumbai lab? No, no. This is the real deal. We're back home. Back in Casablanca. Okay. Good. I want to stay. In the hospital. I want to go home. To our house. I miss home. I miss you, Dad. I've missed you too. Of course you can come home, sweetheart. But I'll be asking tons of questions, and I expect honest answers. No more protecting me from the truth, okay? Okay. Right now, though, I just want to... to sit here and watch the sunlight. I'm sick of sleeping. Sick of dreaming. I want to be awake. I want to be awake. Uh, five Jahre später. Jetzt bin ich interessiert. Es ist so eine Art Minichrome. Saga, Nile und Kian. Hint, hint. Fragezeichen. The bloodless king. Das könnte ein Hinweis sein. Und da sitzen wir vielleicht auf der Terrasse. Oh. 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 I'm getting scared. And my heart starts pounding. I try to scream, but there's no sound. They won't. They won't. When will my feet hit the ground? They won't. They won't. They won't. Hey Baby Papa Epilogue those who walk between worlds Lange, lange Zeit Später Oh, Saga Und so schließt sich der Kreis Und so schließt sich der Kreis Der Anfang von der langen Journey Als erstes Fenster Ah, really? Ja Just like You worry too much, old woman Old woman? Huh? You're no spring chicken yourself, Bird Oh, Bird, me I've survived worse Anyway, time to dry my cold feathers by a roaring fire while I enjoy a saucer of sweet sherry Oh, I'm sorry I forgot to tell you You can't I... what? I can't what? Be here You're not serious You're serious I'm receiving a visitor And she mustn't see you There'll be too many... questions Questions I can't easily answer And who, pray tell, is this very important visitor? I will tell you Afterwards Go upstairs and warm yourself by the chimney It won't be too long After all these years, I get no respect No, no, don't say anything It's fine I'm going upstairs Just don't expect me to come back down again later Or ever I'm making shortbread Call me when it's ready Ach ja Und hier sind wir am Anfang gesessen in The Longest Journey Wo die Großmutter der drei Kinder die Geschichte erzählt Was für ein großartiges Ende Oh, what? Willkommen, April Ryan Jetzt bin ich verwirrt Aber bravo Kuck, 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 Kuck Hello, what? Tuck, Kuck, Kuck, Kuck Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020